Heute machen wir den Test, ob das geklappt hat mit der Grafikkarte. AP 9000er, Lüfter dreht, Lampen sind an, Startschirm kommt und Windows wird gestartet. Aber das Problem ist auch bei allen HP, es ist auf 9000er. Der Grafikkarte löst sich von dem Board durch die Hitze und schon hat man kein Bild mehr. Da war ein bisschen, aber Windows immer. Na, Updates. Boom. so so, da sind wir Super Bild ist in Ordnung Alle Funktionen da Internet Explorer Startet auch Prima Gucken ob wir ein Video finden Sack Und Videos Einfach mal Irgendein Oh, da In den letzten Jahr's Game of the Year awards, we couldn't help but be in awe at the tidal wave of kick-ass games coming up. GT Countdown. The top 10 most anticipated games of 2011. That combination of mania and mystery that brings on horrible, twitching pangs Yes, in love. Portal's scientific method wins our hearts with its witty script, mind-twisting mechanics So... Super, läuft! Die Temperatur hat sich gelohnt. Alles hat gute Grafik.